Musik OKM's Goldlabor ist ein Hilfsmittel für Goldsucher und Prospektoren zur Bestimmung des Goldgehalts einer Bodenprobe. Musik Sie entnehmen eine Bodenprobe und geben diese in den Messbecher vom Goldlabor. Musik Wenn der Boden des Messbechers mit der Probe bedeckt ist, starten Sie die Messung. Musik Jeder einzelne Schritt des Messvorgangs wird am Bildschirm des Goldlabors visuell dargestellt. Am Ende der Messung wird Ihnen der Goldgehalt in Gramm je Tonne angezeigt. Musik Wenn Ihnen das angezeigte Ergebnis akzeptabel erscheint, dann können Sie mit dem Goldwaschen beginnen. Musik Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren OKM-Händler. Musik 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 Musik